Ja Badger heißt nicht Ordner, aber ich sag Badger. Ich habe deswegen Ordner gesagt, weil Badge ist ja so eine Anstecknage in den Pokémon Orden und deswegen an die Badger habe ich auch nicht Ordner gesagt, auch wenn das voll die falsche Übersetzung ist, aber ich dachte ich bin cool. Ich bin getroffen, brauche Hilfe. Ich brauche hier Hilfe. Hier rüber. Oh, du hast einen schönen Hintern. Danke. Das Ding sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Schlecht aus. Von wo? Was? Wer? Toasty, wo? Was? Wo? Wow, sind wir scheiße. Okay. Okay. Hey, vielleicht lassen wir erst mit dem Honey Badger ein bisschen Schaden machen und dann... Kollateralschaden. Und dann joinen wir in. Okay. Okay Honey Badger, gib alles. Honey Badger hier vorne. Werte 1 und Hunter 2 Zielgebiet gesichert. Okay. Ziel außer Reichweite. Nein, das ist nicht außer Reichweite. Schieß! Ja, sehr gut. Jetzt ist... Jetzt ist die Front, habe ich gesichert. Jetzt können wir rein. Die Front macht er gerade kaputt und jetzt können wir hier rein. Und ich gehe nicht durch die Garage, sondern durchs Fenster. Ja, ich auch. Ich nehme mir gleich mal die Claim aus. Okay, ich nehme mir die hinter... Oh, warte kurz. Oh fuck. Ich mache dir das jetzt technisch, ich blende sie erstmal. Oh wow. Hier kommt eine Granate rein. Oh shit. Dich jetzt erwischt. Ähm. Ja, ich habe die Granate ab. Die Granate ab. Kraftgranate? Kraftgranate am Mic. Okay. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass... Ich habe auch so böse Stimmen gehört, die gemeint haben, dass Gesicht und Kraftgranate die gleiche Person sind. Alter. Alter. Also ich kenne die beiden ja nicht persönlich, aber... Ich weiß auf jeden Fall. Ich habe die schon mal in einem Skype-Gespräch gehört. Die sind andere. Also... Die klingen ein bisschen ähnlich, aber die sind von... Von ihrer Person her und von der Art wie sie rappen und wie sie ihren Musik-Business betrachten, sind die total verschieden. Ja, also äh... Ich kann dazu ja nicht viel sagen. Ich bin nicht so in dem Business drin. Ja. Ähm. Ich weiß halt nicht so sehr, wie das bis läuft, so wie du. Aber... Der Grind. Sag mal dazu heutzutage. Der Grind, wie der Grind läuft. Achso, wie der Grind läuft. Okay. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie sagt man das. Okay. Das macht bestimmt Sinn. Irgendwie. Ich gehe log in. So. Jetzt erstmal ein bisschen geclaymored. Jetzt wird geclaymored. Ist der Claymore am Mike? Äh... Fuck! Ich habe Leute in die Luft gejagt. Ich hole mir die jetzt von hinten, weil ich mag das. Ah! Da kommt einer. Markieren Sie die Ziele für den Striker! Okay! Ah! Ich sehe nichts! I'm blind! Du bist blind. Ist aber nicht gut. Oh! Fuck! Nein! Sie haben den Download abgebrochen! Warum? Das ist... Warum? Vorhin haben wir es doch auch geschafft. Da haben wir äh... Mit weitaus weniger Claymore gearbeitet. Ich bin verblutet. Äh, ich bin nicht verblutet, aber ich verblute bald. Ah, hallo. Danke. So. Okay. Okay. Guck mal. Wow, die Striker braucht ewig zum Nachladen. Okay. Bist du eigentlich so ein riesen Fan von ähm... Von Xicht? Oder... Äh, Xicht? Kraftgranate oder von wem? Ja, Kraftgranate schon eher, weil Xicht ist mir ein bisschen zu kommerz geworden. Okay. Ja, ich... Ich weiß nicht, also diese ganze Kommerzialisierung, das ist schon... Ich meine... Du musst ja auch von irgendwas leben, weißt? Ja, das stimmt eigentlich. Das ist ja... Aber wenn man halt sich zu sehr darauf beschränkt und die ganze Zeit halt nur... Ähm... Weißt du, gerade im Rap-Genre ist es nicht so gut, wenn du dann die ganze Zeit zu deinen Followern sagst, ja... Und ihr seid so geil und ohne euch wäre das nicht möglich gewesen, du musst ja deine Fans auch dissen, ja? Ja, genau. Und der Kraftgranate, der hat das halt richtig drauf. Ja, bei dem hat man halt auch wirklich das Gefühl, dem geht alles so richtig im Arsch vorbei. Ja. Und dafür ist es ja lyrisch nicht ganz so krass. Also keiner von beiden ist wirklich lyrisch wirklich krass, das so auszudrücken, aber... Scheiß ich. Ich glaube wir haben den Download geschafft. Ja. Wir hätten... Die Claymos vielleicht... Ich hätte die Claymos nicht mehr gesetzt, dann war Beschwendung. Hier war eine Vector gelegen. Gib mir die Vector. Ja, danke. Ähm... Gut, dann... Vector Akimbo? Ne. Mit Schnellfeuer? Leider nicht. Schade. Okay, schauen wir mal... Aua! Ob wir die da drüben richtig hart fertig machen können. Brauchst du alles raus, was der Badger raushornen können? Ja. Was ist dein Handel Badger? Was? Es gab mal so... So ein Youtube-Video irgendwie... Da hieß es... Honey Badger ist Pissed oder sowas. Das war so ein Tieraufnahme und die war dann halt... Also der Original-Track war gelöscht, das war dann quasi neu synchronisiert und das war dann... Irgendwie... Das Honey Badger voll der Badass wäre... Und das ist... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Hohnung... Biber? Nein, kein Biber. Marder! Honig Marder! Ich frag mich wie der Honey Badger hier die ganze Zeit... So... Gegner hat Killed auf die ich ins Haus zeige, aber... Er kann doch gar nicht ins Haus schießen eigentlich... Warum stirbt der nicht? So... Ähm... Ich glaube die Kugeln durchdringen einfach die Wand... Das ist natürlich ne Möglichkeit... Dann sag ich gleich mal... Glaub ich... Ich bin rot... Ich hab keine Ahnung wo der Gegner ist... Immer noch nicht... Ah jetzt seh ich ihn... Jetzt... Jetzt ist er tot... Okay... Dann geh ich mal so langsam rein... Ja... Oh fuck... Nicht zur Vordertür... Ich komm von der anderen Seite... Hier kreisen sie ein... Ich bin jetzt in der Küche... Da ist gerade nichts... Ich bin bei dir... Hinter dir... Ich bin bei 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 dir... Ja... Soll ich mich runterladen... Oder erstes Geschütz platzieren? Ähm... Erstes Geschütz platzieren... Würde ich sagen... Ich stell's einfach direkt neben... Den... Äh... PC... Ich mein den Laptop... Oder? Ja... Okay... Dann verschanzen wir uns hier hinter der Bar... Und dann wird das schon... Die ganze Zeit... Äh... Gehen die Claimers hier kaputt... Äh... Okay... Es läuft, sag ich dir... Wir... Wir fisten die jetzt hier... Aber ich... Okay... Hast du den Honey Badger aktiviert? Ja... Ich hab den Honey Badger auf... Die Jungs geschickt... Also die... Gegner schon Jungs... Nice... Das Geschütz macht work... Und ich... Äh... Schieß zur anderen Seite... Also auf die linke Seite... Oh... Nein... Äh... Nice, danke... Ich geh mal... Abstairs... Okay... So... Hier oben ist... Äh... Keiner... War hier ein Sniper? Was? Ne... Also es sieht zu aus als wäre ein Sniper gewesen... Weil da liegt einer tot am Fenster... Aber leider hat er keinen Sniper... Oh tolle... Abgebrochen? Ne abgeschlossen! Geil... Das heißt wir müssen jetzt nur noch das andere Haus ficken... Und dann... Haben wir... Und so soll erledigt... Ja... Oh hier ist ne AK... Krass ist vor der Nachbarschaft... AK AK... 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 Nein AK... 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 Verdammt... Bester Rapper... Keine Ahnung... Ich hab mir glaub ich das nie angehört... Ich auch nicht... Aber ich find den Namen krass... Der Name ist krass... Das muss schon rein... Oh fuck... Hier sind ja Gegner... Jetzt hätten wir vielleicht den Honeybear da drauf loslassen sollen... Ja... Aua... Wir hätten definitiv den Honeybear da drauf loslassen sollen... Brauchst du Hilfe? Ja... Ich komm... Hier... Ah... Okay... Lass den Honeybatcher los... Ich zieh einfach mal aufs Haus... Ja... Das ist ne gute Idee... Oh nein... Du bist ja im Haus drin... Ja... Oh fuck... Ich hab mich mit meiner eigenen Claymore gesprengt... Ich bin oben im ersten Stock... Da heißt der Claymore... Da heißt der Claymore... Nein... Ich brauche Hilfe... Weiß nicht ob du die hier rauf findest... Ich hoffe schon... In der Küche sind alle tot... Bis auf dich... Ja... Ich bin ja fast tot... So... Jetzt kann ich meine Vector wieder rausholen... Und... Die Leute durchnageln... Hoffe ich mal... Hier oben ist keiner... Hier Penner... Sicher... Sicher... Alles sicher... Okay... Das hast du toll gemacht... So... Wollen müssen wir downloaden... Unten im Keller? Dann bin ich voll drauf vorbeigerand... Wo kommen jetzt bis die Gegner wieder her? Naja... Hier... Und ich kann nicht schießen... Was zur Hölle? Ich kann nicht schießen! Warum kann ich nicht schießen? Was? Gibt's Geschüsse... Äh... Geschütze... Ich bin unten im... Ich kann nicht schießen gerade... Ich bin unten im Keller... Das ist irgendwie müfft... Äh... Links von dir... Da ist einer... Okay... Warum... Ich kann gerade... Wirklich nicht schießen... Das ist... Geht einfach nicht... Und ich bin schon wieder tot... Weil hier oben schon wieder einer ist... Was zur Hölle? Warum kann ich nicht schießen? Ähm... Gehen wir ins Menü oder so? Keine Ahnung... GRONADA! Der hat überlebt... Was? Ja der ist weggelaufen... Weil KI... Du kannst mich jetzt holen... Und mich nehmen... Okay... Richtig hart... Ah... Das ist nur eine Flash-Runde... So... Ich kann nicht schießen... Warte Moment... Optionen... Steuerung... Optionen... Waffefeuern... Linke Maus... Okay... Ich hab irgendeinen... Bug... Ich kann... Einfach nicht schießen... Wir können ja den Rest der Mission... Ähm... 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 Jetzt geht's wieder... Okay... Ich hab den Laser aktiviert... Und dann ging's jetzt... Sonst hätten wir jetzt den Rest der Mission... Quasi... Ähm... Pazifistisch gespielt... Also du zumindest... Naja... Ich hätte lässern können... Ah... Schade... Ich dachte hier wäre ein Ventilator... Den würde ich mitnehmen können... Für Uranium... Ähm... Oder nicht für Uranium... Keine Ahnung... Es gab irgendwie was besonderes... An den... Ventilatoren in Fallout... Weil deswegen man lieber mitgenommen hat... Uranium... Welches Fallout? Vier... Vier? So... Habe ich noch nicht gespielt... Ähm... So langsam sollten wir mal den Download starten... Oh ja stimmt... Ist ne Striker gewesen... Oh ne UMP... Oh ne UMP... UMP... War so schön okay... Ich stell die Geschütze mal... Ich stell die Geschütze mal... Links und rechts... Neben dem Download-Ding... Ja... Denk ich auch ne gute Idee... Ich stell sie mal so hin... Wird sicherlich irgendwie helfen... Wo bin ich hier? Ich hab keine Claimers mehr... Ich weiß auch gar nicht... Wo es hier noch Claimers geben sollte... Nein! Abgebrochen... Jetzt schon... Fuck... Nein... 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 Das wär ganz doof... Wo waren die? Wow... Äh... Das gibt's doch nicht... Heißt das wir müssen... Nein! Nein... Mann... Ey... Ich hab so langsam das Gefühl... Wir werden niemals... Wird dieses Spiel fertig werden... Das ist schrecklich... Ich glaub das ist genug für einen Part... Oh Honey Badger... So liebe Leute... Schön dass ihr wieder eingeschaltet habt... Ne keine Ahnung... Ne... Der Honey Badger macht jetzt erstmal Work... Und jetzt... Rushen wir hier durch... Ich sag's dir... Wir rushen jetzt richtig hart durch... Auf dem der Honey Badger seine Work getan hat... Weil... Ja... Es... Kann doch nicht sein... Dass wir hier keinen Fortschritt haben... So... Ich hab ja auch gar keine Uhr gestellt... Ich wollte einfach ne Uhr stellen... Wegen Fahrtlänge... Aber... Naja... Hier drüben ist ein Haus... Wo nichts ist... Aber hier ist Farbe... Aber ansonsten nix... Okay das ist ja langweilig... Schade... Ich dachte hier gibt's vielleicht... Vielleicht etwas... Was... Metropolis... Greife die Infanterie an... Fuck... Wovon sterbe ich denn gerade schon wieder? Ich... Ich hab keine Ahnung... Da sind irgendwie drei oder vier Gegner... Rechts sind Dicks von dir... Ja... Ähm... Granatwerfer... Der hat dich genuptubed... Den Wurfschaden der... Vielleicht holt er sich jetzt mit nem Nuptube ne Nuke... Ich wollte das immer machen... Aber ich hab's nie geschafft... Ja... Sind zu große Lappen dafür... Sind nicht so krasse... Äh... So krasse Ficker wie der MCJ... Hat er eigentlich jemals ne Nuke gehabt? Äh... Ja... Alter... Aber... Nicht legit... Wie nicht legit? Ähm... Könntest du mir auch schnell helfen? Ich bin im Haus... Äh... Naja... Der... Ähm... Law ist mir ganz zufällig auf Terminal ein paar Mal reingerannt... Okay... Als der Gegner-Team war... So zufällig halt... Ähm... Ähm... Ach scheiße... Wie dumm ist das denn? Ja... So... Dann... Ist er tot? Ja... Der ist tot... Und hier ist ne... AK mit Tube... Okay... Dann... Plötze ich erstmal die Claim aus... Und dann starte ich den Download... Okay... Okay... Holy shit... Okay... Und dann starte ich den Download... Sehr gut... Sehr gut... Okay... Ja dann... Badger... Mach rein... Ja... Better do you work... Nice... Gut... Ich geh mal außen rum... Wieder... Oh... Und sterbe fast... Wow... Wobei... Ne... Ich bleib bei dem Kopiergerät... Bevor der Download wieder abbricht... Sehr gut... Nice... Ähm... Die Bied ist aber nicht gesichert... Kollege... Badger 1 verstanden... Greife das Haus an... Okay... Wir haben's geschafft... Glaub ich... Oder... Na gut... 300 sind's noch... Aber nicht mehr viel... Oh Gott... Daaaah... Hier sind viel zu viele Gegner... Okay... Download abgeschlossen... So... Ja... Better... Mach mal deine Work... Er tut halt echt grad keine Work... Noch einer... Noob Tube... Alter Schwede... Was... Ich hab ihn kein einziges Mal getroffen... Ja... Okay... Ist da noch einer oben bei dir? Nee... Wow... Okay... Cool... Gut... So langsam sollten jetzt mal alle Gegner hier fertig sein... Wir wechseln die Straßen weiter... Ja... Und let's gooo... Dann machen wir mal... Das Haus ist fertig... Ja... Stimmt... Ähm... Gehen wir von der Seite rein... Jo... Ja... Wir... Werfen paar Granaten rein... Das ist meistens einfach geballte Feuerkraft rein... Ist ja egal... Das spam... Was heißt denn Granato? Was heißt denn Granato? Dein Horst ist online... Oh... Der ist halt echt kein Horst, ne? Ne... Absolut... So... Dann... Das Geschütz... Ich stell mal ein paar Kremor-Mümer-Mümer-Mümer-Mümer-Mümer-Mümer... Ich hab noch ne... Noob-Tube... Den kann ich... Im Zweifelsfall irgendwo reinhauen... Ok... Ich seh hier wieder diese linke Seite da... Und du... Schaust einfach aus... Ok... Ok... Das Geschütz ist noch... Am Leben... Und der ist reingekommen... Ok... Ok... Aber er ist tot... So... Ok... Gibt's ihnen ja nicht... Hier gibt's schon wieder Juice... Die haben alle die gleiche Marke... Ja... Hier drüben ist vielleicht noch ein Gegner... Alles ruhig... Alles ruhig... Alles ruhig... Alles ruhig... Sieht ruhig aus... Gut dann... Ok...